Herzlich Willkommen und zurück zu Let's Play WoW mit unseren Hordejäger. Ja, in der letzten Folge sind wir zu unseren König von Zanderlage gereist und jetzt werden wir mal gucken, was sie zu sagen haben. Das sieht gar nicht so gut aus, oder? Man, man, man. Fragen wir erstmal ja. Man sagt, der König schenkt euch Gehör. Zanderlar für immer. Wir haben mit einer sehr oberflächlichen Fleischwunde zu tun. Ich kann nicht lesen, was sagst du? Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Das hast du zu verkaufen. Nicht alles im Ozean hat mein umwerfendes Aussehen oder meine guten Manieren. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. So, sammelt einen giftigen Kugelfischstachel und einen Schaum einer alten Krabbe. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Okay. Wollt ihr was? Mögen die Loa euch Glück bringen. So. Was hat euer Aufenthalt für einen Zweck? Rettet die Bewohner. Unser Königreich erobert keiner. Da hast du recht. Euer Königreich erobert keiner. Da helfen wir euch natürlich auch. So. Was brauchen wir von dir? Eine Schuppe. Okay. Oh, da ist noch ein Rahmen. Da gehen wir gleich hin. Danke. So. Jetzt haben wir aber schon mal eine Schuppe. Jetzt werden wir zu den Sternen. Wo ist der? Eine Riesenkrabbe. Ja, ist okay. Und da haben wir so auch schon fast gesehen. Weißer Thumbauern der Schwebeerschrecken. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, ein bisschen Macht. Das ist gut. Da haben wir bald die nächste Stufe. Hier gibt es auch was. Hier ist ein bisschen Erz. Ein bisschen Erz gibt es hier. Sonst gibt es hier nichts. Dann können wir mal aufmountain wieder. Ein paar Verräter müssen wir töten. Ach nichts. Da macht einer die Aufgaben. Das ist das erste Mal, dass auch ein anderer die Aufgaben macht. Wir haben dich gerettet. So, dich retten wir auch. Na komm. So, und Angriff. Ich brauche ein Ziel. Blut eines Verräters. Ich habe kein Ziel. Verräterblut. Raster Karns Herrschaft ist vorbei. So, jetzt Zeit ist gekommen. Erzähl nicht. Ich bin so, dass ich weitergehe. Jetzt sind wir mal die Verräter nieder, oder? Was sagt ihr dazu? Metzeln, wir sind hier nieder. Ich musste erst etwas anvisieren. So, ich muss mal kurz mein Handy auf laut machen. So. Ja, ist klar. Was wollt ihr jetzt erst einmal? Hier müssen wir dann auch so viel noch. Verräter. Ich brauche ein Töten. Dann werden wir mal ein bisschen Bergbau betreiben. So, ich werde mich mal retten. Suuls Wille geschehe. Ach, Suul, er hat doch keine Ahnung. Er hat sich verfehlt. Wahrscheinlich hat er zu viel geratet. Er hat sich erst etwas anvisieren. Was er gesehen hat. So, komm mal hinten. Der sieht auch aus, als er unsere Hilfe braucht. Ah, da hinten ist auch noch eine Kiste, ne? Ich brauche ein Ziel. Wollen wir erst zur Kiste? Na komm, hier ist auch noch einer. Ich habe kein Ziel. Ein bisschen Kraut brauchen wir auch. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So. Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Hier soll irgendwo eine Kiste sein. Der hätte jetzt bestimmt die Kiste gelootet, ne? Nee, da ist Rastakans Herrschaft, ist vorbei. So, ich habe keine Ahnung, wird kommen. Na, ich habe die Kiste. So, irgendwas war noch hier gerade noch ein Kraut, oder? Hier ist das Kraut voll vorbeigelaufen und Kraut. So, hier kriegen wir unser Kram. Oh, das ist die Aufgabe. Oh, das ist die Aufgabe. So, das wollte ich gar nicht angreifen, ne? Ihr werdet sich auch ein Ziel. Ihr seid die letzten. Was sollt ihr jetzt erst da machen? Sadra sieht alles. Aber was ist denn da noch? Komm mal da ein Kraut. Da ist noch ein Kraut, was wir übersehen haben. Das nehmen wir natürlich noch mit. So, dann können wir, dann können wir aufmountain, wenn man die Pflaume noch besiegen, wo sie uns gerade darum gebeten hat. Einsammeln. Ah, kommt mit. Suhls Wille geschehe. In Suhls Namen. In Suhls Namen. Sterbt. Suhl wird uns vom Ehrenkönig erlösen. Ihr seid uns nur nicht. König ist nicht irre. Ihr seid irre. Oh, das wird ein bisschen eng, ne? Ah, das schaffen wir auch. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Ich habe kein Ziel. So, dann haben wir ihn besiegt. Sieh. Schaum einer alten Krabbe. Ich muss näher heran. So, so alte Krabbe. Geht uns mal ein bisschen was ab von dir. Und das ist auch wieder was auf dem Schiff, ne? Ich brauche ein Ziel. Oh, wie kommen wir denn da rauf? Ne. Das mache ich jetzt nicht. Na, gebe ich lieber die vier Aufgaben ab, die wir abgeschlossen haben. Suhl hat euren Tod gesehen. Ach, Suhl hat gar nichts gesehen. So, gebaut. Und weiter geht's. Darum können wir erstmal die Aufgaben abgeben. Vielleicht können wir den König noch retten. Ah, den retten wir bestimmt. Ich glaube, dass wir den König retten werden. Sandala ist immer da. Sandala für immer. Genau, Sandala für immer. Wer ist denn euer Noah? Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Kühl und Geist heilen. Folgendes anweisen bei der Heilung des Königs. Na schön, geht schon. Ich war sowieso fertig. Alles. Kommt wieder mit besseren Geschichten. Geist mal, wenn wir die Wunden schließen. Gewürze. Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. So, mal gucken. So, was müssen wir jetzt machen? Ach, wir brauchen müssen eine Lauge holen in der Speisekammer. Das habe ich gerade total überlesen. So, die Lauge brauchen wir. Oder? Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Bringt mir eine Schriftrolle. Hier war die Schriftrolle. Okay. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Siebenhundert Jahre sind wir gargenseite. Gut treiben. Guten Tag, werter Herr oder werte Dame. Frühern. Fertig. Ich werde den Trank nun verabreichen, okay? Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Er sagt, schnell, da bringt mir sofort die Gerinnungspulver. Was sind das Gerinnungspulver da? Ich habe Sachen gesehen, da wird euch der Panzer wegfliegen. Na, erwacht der König. Tretet näher und bloß nicht nuscheln. Oh, oh, oh. Ist euch klar, wer ich bin? Der Tod. Stellt eine Götzen von Unterkunft auf und Überzeuger, Seele zurückzuholen, okay? Ich hoffe, wir haben unsere Verbündeten weise gewählt. Bissen wir jetzt ein Reich des Todes oder wo müssen wir jetzt hin? Oh Mann. Na, gucken wir mal. Aber hier ist erstmal wieder was, ne? Ihr wisst es, das gute Erz. Legen wir mal eine Götze ab bei den Herr des Toten. Wer seid ihr, dass ihr den Loa der Könige anruft? Oh, ein goldener T-Rex. Der ist aber auch geil, da brauchen wir mal ein Foto von. Mann, du bist zu groß, du passt gar nicht darauf aufs Foto. Da brauchen wir mal ein Foto auf jeden Fall von. Zack. Hier können wir auch noch ein Foto von machen. Zack. So, dann gucken wir mal. Was wollt ihr, Kind der Horde? Der kleine König wird sich erheben. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Bonsamdi. Euer Brüllen könnte die Toten wecken. Was wollt ihr? Ihr habt euch genommen, was mir gehört. Lasst ihn frei. Ihr verweigert mir den hier schon lange Zeit. Lange, lange Zeit. Ihr kriegt ihn nicht zurück. Zeigt etwas Respekt, Lord des Grabes. Sonst landet ihr gleich in einem. Irgendwann müssen alle sterben, auch Könige. Aber ich bin ja großzügig. Nehmt euch euren kleinen Freund. Wir sehen uns bald wieder. Führt seinen Geist in seinen Körper zurück. Ich muss zurück in meinen Tempel. Schickt Rastakhan zu mir, wenn er wieder heil ist. Komm mit. Das werden wir alles machen. Ein goldener T-Rex. Geil. Der war echt mal geil. Schöne Fotos gemacht von dem. Das stimmt natürlich. Oh, da brauchen wir auch noch mal ein Foto vom König. Zack. So. Willkommen in Suldazar. So. Dann nehmen wir noch mal schnell die Haube und tötet ihn. Okay. Sanderlar für immer. Resan holt mein Schiff zurück. Dann kümmern wir uns um die Möchtegern-Thronräuber. So. Aber hiermit endet diese Folge. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Tschüss bei Börgreml.p. 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 Tschüss bei Börgreml.p.